So, ich muss gerade heimlich aufschosen. Handschellen, Regenschirm, Handschuhe. Ähm, Reichsapfel, ist das richtig? Reichsapfel, Tatsache. Sanduhr, Axtstiel, ich glaube ich weiß was wir bekommen. Sonne, Flöte, Säge. So, die Handschellen sind hier. Sonne, Flöte und Säge. Säge ist hier, Handschuhe auch. Lagen quasi übereinander, die Sanduhr. Hab ich hier nicht gerade schon irgendwo gesehen, da ist die Sanduhr. Reichsapfel, Axtstiel, wo könnte denn hier ein Axtstiel sein? Könnte denn hier ein Axtstiel sein? Flöte, die Flöte ist oben rechts im Bild. Da ist der Axtstiel. Und die Sonne? Ist hier oben wieder was? Nur mal gucken, kann ja sein. Ähm, Regenschirm? Regenschirm? Regenschirm, was ist der? Ah, hier ist die Flöte, Tatsache. Ähm, Akribisch suchen. Regenschirm. Oh, Regenschirm. Ohne dich bin ich ohne Hirn. So, ähm. Da ist der Reichsapfel. Ich hab's gewusst. Ähm. Aber wo ist denn bitte der Regenschirm? Regenschirm, Regenschirm und Sonne. Ah, da ist die Sonne. Ich hab's gefunden. Ich guck's gerade hier so. Stimmt? So. Wo ist denn bitte der Regenschirm? Der Regenschirm, der Regenschirm. Regenschirm, oh Regenschirm. Verdammt, verdammt nochmal. Wo ist denn der Regenschirm? Das gibt's doch gar nicht. Der ist doch bestimmt wieder irgendwo hier, oder? Ne. Muss ich mal an das Innensee hinsetzen. Ach, so. Wo kann denn hier, verdammt nochmal, der fucking Regenschirm sein? Das kann doch nicht so schwer sein. Regenschirm. Das ist nur ein, das ist nur ein G-Stock. Flex. Hä? Ach, da ist er. Auf dem Karton. Ne. Axtstil. Wissen wir schon, was wir machen müssen. So, gut. Haben wir hier schon mal, wissen wir schon mal, hier ist nochmal ein Wimmelbild. Hier zoomen. Hier ist nichts mehr. Okay. Ich würde sagen, wir gehen die Axt uns mal holen. Und mit der Axt können wir dann anschließend, ähm, das war hier, ne, oder? Ja. Mit der Axt können wir dann anschließend in den Keller nochmal gehen. Er hat mich nicht gesehen. Mein Glückstag. So, sehr schön. So, dann kann ich die Axt jetzt zusammensetzen. Sehr schön. Und die Axt mitnehmen. So, jetzt können wir uns drin nochmal umsehen. Oh, den Anhänger haben wir. Von unserem ersten Kuss am 02.02.1976 bis auf ewig. No. Er ist es. Detective Richard Hamilton und die Frau Emily. Und eine Statuette. Jawohl, wir haben die Statue. Jawohl, sehr schön. So, wir haben eine Angel. Ich habe keine Ahnung, was wir mit einer Angel wollen. Sonst ist ja auch nichts, ne? Er hat hier eine kniffte Brot auf dem Teller und eine Lampe. Wer weiß... Ah, der hat sich's wahrscheinlich richtig gemütlich gemacht hier. So. Der Griff fehlt. Okay. Also müssen wir später nochmal hin. Das ist schon mal gut zu wissen. So, mit der Axt würde ich sagen, gehen wir als erstes jetzt... Das war in der Kirche, ne? Genau, in der Kirche nochmal rein. So. Denn in der Kirche sind ja die zwei Truhen hier. Da können wir doch bestimmt mit der Axt was machen, oder? So, haben wir. Boah, diese Animation ist ja unfassbar. Wo ist das denn? Ein Kerzenleuchter. So, wir haben ein Spielzeugzertalb. Wir haben eine neue... Mhm. Messing-Keile haben wir bekommen. Ich glaube, wir gehen dann direkt erstmal... Ähm... Oh, warte mal. Ein Wimmelbild. Ne. Kaffeebohnen. Habe ich schon gesehen. Hier. So. So, Weihwedel. Bronze-Keile. Ähm... Ahornblatt. Läufer. Saphir. Rubin. Tauben. Brille. Den Läufer, den habe ich beim letzten Mal noch im Kopf behalten. So, Taube. Taube? Taube ist... Ne, das... Doch, das ist die Taube. Rubin, Brille. Hm. Rubin ist hier oben. Die Brille. Ohne Brille wäre es nicht passiert. Die Brille... Brille? Brille? Brille, Brille, Brille. Weihwedel. Weihwedel. Wo ist denn der Weihwedel? Wiedel, Lidl, Lidl, Lidl. Bronze-Keile. Saphir. Aha, da ist der Saphir. Die Brille. Wo ist denn die Brille? Das... Ne, das ist es nicht. Ist hier oben wieder irgendwas? Ich gucke mal. Nein, diesmal ist hier oben hinter meinem Gesicht nichts. Ahornblatt. Warte mal, das habe ich doch gerade gesehen. Das Ahornblatt. Das war doch... Hier ist es. Da ist es. So, die Brille. Irgendwas mit der Schublade wieder oder so? Ne. Da ist die Brille. Die ist aber echt gut versteckt gewesen. Ich frage mich auch manchmal... Die Spieleentwickler, die solche Spiele machen, ne? Wenn die diese Bilder so kreieren, ne? Finden die eigentlich ihre Sachen selbst dann wieder beim ersten Mal? Oder müssen die auch erstmal suchen? Das würde mich mal interessieren. So, wo ist der Wedel? Ich brauche den Wedel. Den Bronzekeil und den Weihwedel. Wo ist denn der Weihwedel? Da ist der Weihwedel. Und wo ist der Bronzekeil? Hm. Wo ist denn der... Das ist er nicht. Ne. Nein. Nein. Es ist ein Keil. Was ist denn ein Bronzekeil? Das muss mir mal einer erklären. Was soll denn bitte ein Bronzekeil sein? Ich denke... Ach, hier oben. Ich denke, die ganze Zeit ein Türkeil. Ich bin so schlau. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich weiter wimmeln. Um die Sachen zu finden. Wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten... Ach ja, wir wollten die Statue benutzen. Genau. Das heißt, wir gehen nochmal mit dem Bötchen rudern wir rüber. Und schauen mal, ob wir da... So, alter, zehn Zuschauer seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Ähm... Was? Ich bin so doof. Es war doch... Hä, warte mal. Wo war denn das nochmal gewesen? Ich hab mich verlaufen. Wo war denn das nochmal gewesen mit der Ruine? Hä? Äh, das war doch hier, oder? Wo war denn das mit der... Ach, wir müssen durchs Haus gehen. Oh, wir müssen komplett zurück. Okay. Jetzt hab ich aber... Jetzt hab ich aber kurz einen Gedächtnisschwund ganz kurz gehabt. Ist bei mir... Tritt häufiger auf. Ah, warte mal. Ich rush hier so durch. Ich muss mal eben schnell gucken. Ob hier neue Wimmelbilder sind. Nee, hier schon mal nicht. Okay. Was? Was? Was war hier? Achso, in die Kapitel zum Auto. So. Euch allen einen schönen guten Abend und frohen Ostern. Ja, wünsche ich dir auch. Kevin. So. Ähm. Und auch an alle neuen Zuschauer der Let's Play Live Show. Willkommen. Zu... Enigmates. The Ghost auf... Karfreitag. Und, ähm... Ja. Im Live-Let's Play. So. Dann probieren wir mal aus hier. Die Stadt... Äh, wir müssen mal aus... Ja, jetzt geht's auch wahrscheinlich. Wir kriegen ein Messer. Mit dem wir jetzt wahrscheinlich endlich die Leiter abschneiden können. Ich vermute. Das ging vorher nicht mit der Glasscherbe. Nein. Das, das... Ich frage mich, wofür die Leiter, die Angel und so ist. Das, ähm... Lässt mich gerade ein bisschen grübeln. Warte mal. Ist hier noch ein Wimmelbild? Nö. Eine Leiter, eine Leiter und ein... Ah, Moment. Im Keller war ja auch ein Wimmelbild. Kann sein, dass da ein neues ist. Nö. Der liegt immer noch rum. Jemand hat hier unten einen Leichnamen untersucht. Wer und warum? So. Im Auto ist auch kein Wimmelbild. Wir haben eine Leiter. Warte mal. Kann ich hier... Sie wartet ja an der Tankstelle auf uns, ne? Was ist denn mein Freund? Ich versuche immer noch, ihn zu finden. Oh mein Gott. So. Kann ich hier irgendwas... Da ist nur das Schildchen. Hier sind die... Wie sie da steht, ne? Sie sollte... Vor allem, das Geilste ist... Wir haben ihr gesagt, sie soll sich verstecken. Da steht sie mitten an der Tankstelle so. Hier wird mich bestimmt keiner sehen. So. So. Hippie... Was? Happy Hoppeltage. Ja. Ach, mit der Leiter komme ich bestimmt hier rum dran, ne? Ne. Hä? Ah, vielleicht... Natürlich. Ah, im Versteck gefunden. Runen und Zahlen. Eine Art Code? Ah. Ja, 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 ja. So. Können wir jetzt hier... Können wir kombinieren? Ah, da müssen wir wahrscheinlich noch einen Zettel finden. Die Frage ist nur, wo? Und wofür ist die Leiter? Verdammt nochmal. Ich habe keine Ahnung. Es ist... Ah, verdammt. Alter, 13 Zuschauer, wenn immer mehr. Hallo. So. Kann ich denn mit dem... Ja, in der Zeit schleppen wir ein Schraubenzieher. Mit kann ich denn in der Hütte mit dem Schraubenzieher vielleicht die Luke öffnen? Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Computer, sagt nein. Computer, sagt nein. So. Zum See. Da war ja eigentlich nur der Runencode. Uns fehlt aber wahrscheinlich noch ein... Ein Code, ne? Ein Zettel noch. Das heißt, es könnte ja sein, dass wir irgendwo ein neues Wimmelbild haben. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo. Soll ich nochmal in den Keller? Ich geh nochmal in den Keller. Vielleicht ist ja hier nochmal irgendwas aufgetaucht. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr zum Wimmeln. Hier brauchen wir die... Ich glaube, hierfür brauchen wir diese Scherben oder diese Keile. Es heißen ja Keile. Nicht Scherben. Diese Geräusche immer. So. Gehen wir nochmal in die Krypta. Vielleicht haben wir in der Krypta nochmal irgendwas übersehen. Ich schau nochmal. Ah, wofür haben wir denn die Leiter bekommen? Hier ist auch nichts zum Wimmeln. Und hierfür haben wir keine... Ne. Ah, doch, warte mal. Geht der... Ah. Natürlich. Achso. Wett, was ist das denn? Das gibt's noch nicht. What the fuck? Ich soll fünf dämonische Symbole... Das hä... Ich hab keine Ahnung. Warum denn? Wofür? Ich schnallt nicht. Ist jetzt im Keller wieder ein Wimmelbild? Oder hier? Nein, ist keins. Aber wo... Hä? Wofür sollen wir die denn gebrauchen? Ich bin doch nicht so... Ja, bye-bye. Danke fürs Vorbeischauen. Tschüss. Aber wofür brauchen wir denn bitte... War hier noch was? War hier noch was? Ne, ne? Hier war nichts mehr, oder? Das Leichenbild da unten, das ist immer so... Hier waren die Schuhe, hier war der Keller. Badezimmer? Guck mal, hier sind Fußabtritte. Die Schritte nähern sich meinem Zimmer. Waren die vorher schon da? Ah, ich glaub, die waren vorher schon da, kann das sein? Ah, warte mal, wir haben ja noch die... War das hier mit der Farm? Moment. Ähm... Haben wir denn in der... Hier ist nichts, ne? Können wir denn mit der Leiter irgendwas im Dorf machen? Also hier in dieser Farm? In der Scheune vielleicht? Hier irgendwas? Schraubenzieher? Ich benötige etwas anderes. Ich... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Frau von mir will. Zu Garage? Zu Garage? Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall den Reifen von dem anderen Auto. Die Frage ist nur, wie kriegen wir den Reifen da ab? Um Schraubenzieher geht's nicht. Ist wahrscheinlich der Fluchtwagen, womit wir dann abhauen werden. Aber dazu müssen wir erst... San Silu. Ist hier noch irgendetwas? No? Hä? Ich bin ein wenig... Ich bin ein wenig überfragt, was es angeht, was jetzt Sache ist. Spiel, hilf mir! Okay, hier haben wir alles abgegrast. Hier ist auch nichts mehr. Naja, wir wollen gerade verabreden. Hm, da sind wieder die Schritte. Die Fußabdrücke sind ein einziger Hinweis eines Einbruchs. Und wir haben ja nur diese dämlichen Codes, ne? Und dann noch zwei Stücke. Da fehlt wahrscheinlich noch ein dritter. Detective. Ja, hier oben. Ja, hier, hier, hier. Da ist auch vielleicht hier... Nein, das funktioniert nicht. Was war... Okay. Hm, hm, hm. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen gucken, ob wir irgendwie was anderes noch finden. So, hier ist kein Wimmelbild. Hier ist die Tasche auch hier. Nur die Macht eines Tornados ist dazu fisch. Mein Kopf auch gleich. Hm, das Auto ist auch fertig abgegrast. Hier war die Glasscheibe, ne? Die Glasscheiben sind extrem scharf. Ich gehe nochmal zum Bootshaus. Vielleicht ist ja da irgendwas jetzt da. Oder an dem Stein, was ich übersehen habe. In der Hütte war auch nichts mehr. Vielleicht habe ich irgendwie was... Irgendwas übersehen. Hier ist auch nichts mehr zum Wimmeln. Das Spiel ist kaputt. Wir haben das Spiel kaputt gewimmelt. Hm. Hier kann ich aber auch nichts machen. Ich kann nicht nur, ne? Blut und ein zerstes Teil. Erinnert mich an etwas, aber an was genau. Hallo Zeus. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hm. Oh, warte. Benutzen. Ah, dafür brauchen wir die fünf. Oh Gott. Ah, wo kriegen wir die her? Und wo geht's weiter? Ich will ungern Hinweise drücken. Wir haben eine Leiter. Wofür könnten wir denn Leiter? Strickleiter gebrauchen? Gibt's irgendwo ne... Ich bin gerade aber allein. Gibt's irgendwo nen Ort, wo wir nicht rankommen, der höher liegt? Die Musik. Ich schau nochmal hier. Was war das denn? Was war das? Hinein. So, hier ist was Bild, ne? Genau. Ja, ja. Hm. Ich bin so nah dran. Äh. Em... Emilt. Ich gebe nicht auf. Emily. Ist das die Vermisste, nach der Hamilton gefeindet hat? Emily und Richard? Hm. Warte mal. Hinweise? Der Fremde ist Hamilton. Emily, die Vermisste, nach der Hamilton gefahndet hat. Emily Smith, 23. Anscheinend war sie nicht nur sein Fall. Sie war... Sie waren Geliebte. Das ist er. Der Fremde ist Richard Hamilton. Er ist Hamilton. Ich muss wissen, was er vorhat. Ich bin so nah dran, Emily. Ich gebe nicht auf. Ich muss die Hütte gründlich durchsuchen. So. Neues Ziel. Die Hütte. Ziel erreicht. Der Fremde. Hm. Was ist Johannes? Die Hütte ist ein neues Mal. Dann haben wir sehr viele Anissionen mit uns geredet. Das ist Liverpool. Vielen Dank.